So, wir sind jetzt wieder zurück in der Laterne, haben also unterwegs im Passerval gesprochen und das Ganze erledigt und hier drin habe ich auch schon die zwei fliegenden Hanf-Fäuste getötet und den Teleporter hier deaktiviert. Und wir stehen uns wieder vor dem Stein, der uns vorhin umgebracht hat. Aber guckt mal da auf die Minimap, was mit der Tür passiert. Ja, wir müssen den Stein gar nicht aufhalten. Wir müssen einfach nur im richtigen Moment durch die Tür durchgehen. Also schön, dass unser erster Tod absolut sinnlos war. So, den sacken wir mal ein und schauen hier weiter. Irgendwo höre ich noch so eine Hand. Ah, genau da. Oh, vielleicht hätte ich vorher noch ein bisschen heilen sollen. Aber das dauert echt ewig, bis die Wiespunkt sich regenerieren. Ah, komm schon. Ah, die sind echt übel, die Dinger. Und dass sie nichts dabei haben, nervt. Wie schaut es denn aus mit Heiltränken? Wir haben noch fünf, sechs Heiltränke. Würde ich ungerne benutzen. Okay, also wenn wir das nächste Mal auf so eine Hand stoßen, dann benutzen wir vorher einen Heiltrank. Aber bis daran versuchen wir noch ein bisschen zu regenerieren. Und uns eventuell gleich nochmal zu heilen, wenn das Mana auf 40% oder so ist. Das Zischeln ist aber ganz schön ein Na-Na. Oh, ein Drache. Du Scheiße. Äh, ja. Also wenn wir bei der Hand schon einen Heiltrank nehmen müssen, dann will ich nicht wissen, was wir nehmen müssen, wenn wir einen Drachen bekämpfen wollen. So. Äh, okay. Okay, das dürfte erstmal reichen. Wir können den Drachen in den Stein locken? Hm, nee, der läuft ja hin und her. Egal, was soll's. Nehmen wir ein, zwei, äh, drei Heiltränke. Oh, Mann. Danach dürfen wir aber echt keine mehr verbrauchen. Außer wir finden irgendeine Möglichkeit, einen Händler oder so, wo wir mehr rankommen. Drache. Fällt das ja auch nur eine Weihwand oder so? Und kein richtiger Drache. Das wäre mir schon übel sonst. Für einen Flügel schlagen. Aber kein Drachen. Hm. Das wird wohl der Drachenatem gewesen sein. Komm mal her. Hm. Da war gerade so ein Flügel oder so. Was für ein Feigling. Okay, den umlisten wir, äh, überlisten wir. Oder auch nicht. Doch. Haha. Nimm das. Hm. Also, fünf. Drachen war da ganz schön albern. War nichts dabei. Und da ist ein Ausgang. Hm. Ne, wir wollen erstmal hier gucken, wie es weitergeht. Also, wir kamen von da rein, sind hier rum. Der Block. Den können wir nur da hinschieben. oder da eventuell weiter. Was machst du? Wahrscheinlich irgendwo eine Tür auf. Aber wenn wir den Block da hinschieben, kriegen wir ihn nicht wieder zurück. Das heißt, wir sollten erst da lang gucken. Hm. Na gut. Hier würde ich den Block auch nicht rauskriegen, also können wir ihn ganz, äh, problemlos... wo war er jetzt? Wo war er jetzt? Ah ja. Also können wir ihn ganz problemlos da raufschieben. Und schau mal, und schau mal, welche Tür aufgegangen ist. Die hier vorne. Ja. Komm, gib uns ein paar Kisten mit Heiltränken. Oh, da geht's runter. Runter wollte ich eigentlich noch nicht. Die anderen zwei Türen auch aufgegangen. Ja. Ha. Okay, wir können runter oder hoch? Was ist mit der Tür? Gucken wir jetzt mal zu der Tür. Weil eine Ebene will ich eigentlich wirklich nur verlassen, wenn wir alles hier schon erledigt haben. Ah. Dobe Handfaust. Ja, so ein kleines Biest macht uns mehr Schaden als ein Drache. Ist dann auch komisch. Ah. Schalter. Tür. Okay. Und viele Druckplatten. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass wenn wir auf einer von den Platten treten, dass wir eine Falle auslösen. So wie in der Burg oben mit den fliegenden Fäusten. Also, dass wir auch nochmal einen Stein drauf fallen. Ah, noch so ein Ding. Komm her. Also, ein Stein hat nicht gereicht. Drei Steine drauf packen dauert mir zu lange. Also, probieren wir es einfach mal aus. Wir tapseln da jetzt so rauf. Und haben keinen Schaden bekommen. Wo kommst du denn jetzt her? Wir hatten doch den ganzen Bereich schon gesichert. Da ist auch noch ein Monster angezeigt. Hä? Da sind wir doch schon drin gewesen. Oh. Vielleicht werden solche Druckplatten hier diese Hände gespawnt. Das wäre nicht so toll. Komm, stirb. Wir wollen nicht noch einen Heiltrank verbrauchen. Was war das da gerade für ein Feuer? Also, gut. Einen Stein. Zwei Stein. Drei Stein. Vier Stein. Fünf Stein. Sechs Stein. Keine Steine. Soviel dazu. Da ist echt noch eine Hand. Zwei Hände. Ach du. Komm, 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 komm. Gut. Also, vor den Händen sind wir schon in Sicherheit. Zu. Ja. Das ist echt übel hier. Wir haben noch keinen einzigen Heiltrank, den wir gefunden haben. Und jetzt irgendwie mal Phasen zu machen, wo ich dann eine Viertelstunde lang die Kamera ausschalte und einfach nur rumstehe, um Lebenspunkte zu regenerieren, finde ich ein wenig albern. Aber so scheint das Spiel irgendwie aufgebaut zu sein. Entweder das oder man soll vor jedem benutzende Heiltränke abspeichern und, äh. Wow. Wow. Das ist böse. Also, vor jedem Benutzende Heiltränke abspeichern und neu laden, wenn es unter, äh, 100 voll war. Oder wie? Ne, die haben nur 50 gegeben maximal. Aber ja, so ein, äh, Safe Scamming, oder wie sich das nennt, mag ich gar nicht. Es regnet Feuer. Ach, nicht schlecht. So, jetzt schnell dran vorbei. So, was war das? Ein Stab der magischen Verkleinerung. Hebt alle magischen Effekte auf. Drei Ladungen übrig. Also genau wie der Block. Und dann haben wir noch einen Trank der Stärke. Davon hatten wir schon einen. Hm. Na gut. Heilen wir uns nochmal, warten auf die nächste Reihe von Flammen und danach gehen wir raus und versuchen die Hände umzubringen. Wenn sie denn nicht im Weg stehen. Das wäre natürlich ärgerlich. Oh, vielleicht können wir sie hier reinlocken. Komm, put, put, put. Komm. Ha, ganz schön schlau, oder? Hand, Fäuste, Schlangen, Dinger. Komm. So, jetzt komm her. Kann ja nicht angehen. Die Dinger sind klüger als eine Wache in der Burg. Ah, für eine Heilung reicht das jetzt nicht mehr an Mana. Doof, doof. Und jetzt tiefer oder höher zu gehen? Ah. Mit so wenig Heil trinken macht auch nicht wirklich viel Sinn. Ah. Komm, komm, komm. Stirb schnell, bitte. Wir wollen nicht so viele Lebenspunkte verlieren. Okay. So, und vor die laufen wir einfach mal weg. Hier hinten war ja noch ein Ausgang. Vielleicht bringt das uns irgendwo hin, wo es ein bisschen sicherer ist. Ah, hier rechts, genau. Einstieg. So nahe der Küste gesunken. Seine Masten wirken wie die Markierungen eines Grabes. Ah. Können wir da was wieder herstellen? Nö, leider nicht. Sonst können wir hier nichts machen. Aber das scheint irgendwie wichtig zu sein. Also müssen wir echt in dem Turm... Ich würde gern zurückgehen. Also müssen wir jetzt in dem Turm wirklich weitermachen. Na gut, dann mache ich jetzt die Kamera aus und melde mich wieder, wenn wir ein bisschen Lebenspunkte und Mana regeneriert haben. Bis später. Danke. Vielen Dank.